und schon wieder verletzt. Yusufa Moukoko, 16, zog sich bei der U21-National-F einen Muskelfaserriss zu. Die dritte Verletzung, seit er vergangenes Jahr zum Profitim des BVB gestoßen ist. Im Dezember 2020 fehlte er zwei Wochen wegen einer Knieverletzung, im April setzte ihn ein Sündes Musubantris monatelang außer Gefecht. Seine Bundesliga-Bilanz ließ sich bislang gescheiden. Nur 78 von möglichen 630 Minuten stand das Turm-Juwel in dieser Saison auf dem Platz. Ein Treffer gelang nicht. Er bleibt im Schatten von Erling Haaland, 21. Mit der Reservistenrolle tut sich das Wunderkind indes schwer. In den U-Teams war er gesetzt. BVB, Trainer Marco Rose zieht nach der Ajax, pleite einen Kimmich-Vergleich und macht Hoffnung auf einen Verbleib von Erling Haaland. Was für eine Blamage. Borussia Dortmund geht mit 0,4 bei Ajax Amsterdam unten. Lizenzspieler, Leiter Sebastian Kehl, 41, der geben Yusufa die Zeit, die er als 16-Jähriger für seine Entwicklung braucht. Er ist sehr ambitioniert und will sich jeden Tag verbessern. Verleihen will der BVB ihn nicht. Der Teenager soll nicht aus seinem privaten Umfeld gerissen werden. Seine sozialen Kontakte und die dauerhafte Unterstützung durch BVB, Mitarbeiter soll Mokoko nicht verlieren. Kehl bestätigt, eine Ausleihe im Winter ist aber überhaupt kein Thema, weder für Yusufa noch für uns. Prognose, der BVB baut weiter auf seinen jüngsten Bundesliga-Spieler Mokoko und wird ihn in Dortmund zum Stammspieler formen. Mehr zu Dortmund und wie es im Poker um die Zukunft von Erling Haaland, 21, steht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Sportbild, erhältlich ab Mittwoch am Kiosk oder hier.